Bum, 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 bum. Wenn ich das hinkriege, Moment, müsste das nicht eigentlich so funktionieren? Komisch, ich will irgendwie gerade nicht. Naja, egal, ich weiß auf jeden Fall, was es heißt. Und zwar heißt es, der gute Kellner bedient, ne, serv, also service, kennt man ja. Nin, heißt uns, en la restauratio, im Restaurant, Restaurant, wie auch immer. Der gute Kellner bedient uns im Restaurant. Ja, also wäre das auf Englisch, the good waiter serves us in the restaurant. Genau. So, menu, ja, menu müsste das sein. Wieder ziemlich simple, simple Vokabel in Esperanto. Nur nehmen wir das Wort und hängen ein O dran. Das kommt ja öfter vor. La vesper manjo es das Fischaggio, que supo. So, vesper manjo ist Abendessen. Vespero ist Abend. Ja, es müsste auch aus dem Lateinischen kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in romanischen Sprachen, in modernen Sprachen auch das Wort gibt. Aber auf jeden Fall im Lateinischen müsste das der Abend sein. Vesper. Aber okay. Ist das nicht so auch mit dem Abendmahl oder so? Steckt da nicht auch irgendwie Vesper drin? Oder irgendwas Kirchlichem war das doch. Ich bin jetzt nur nicht so der Kirchen-Experte. Ja, das Abendessen ist Fisch. Also Fischaggio ist dann das Essen sozusagen. Das Fischessen könnte man sagen. Also der Fisch zum Essen. Und Suppe. Kai supo. Also das Abendessen ist Fisch und Suppe. The Dinner is Fisch and Soup. So. La fructo bon gustas. Also bon, gut. Gustas wäre dann schmecken. Also gut schmeckend. Also lecker. Ja, quasi. Also bon gustas ist, wäre dann, ist, etwas ist bon gusta. Ist dann bon gustas. Das macht es, man kann nämlich Adjektive zu Verben machen, indem man eben die Verbendung dranhängt. So, eben so einfach wie es eben in Esperanto ist. Und da macht man aus, wenn man ein Verb, ein, äh, die Endung, wenn man ein Adjektiv, so, die Endung von einem Verb dranhängt. So. Dann bekommt man, ja, sozusagen das Adjektiv als Verb. So als Eigenschaft, es ist, etwas ist das. Ne? Also man könnte das jetzt, wenn man es ins Deutsch übersetzen würde, dass, diesen Satz, dann hätte man quasi, die Frucht leckert, nach dem Motto, Frucht leckert, heißt, ist lecker, leckert. Leckern wäre dann, lecker sein, wenn das ginge im Deutschen. Naja, theoretisch könnte es gehen, wenn man es versteht, ne? Naja, gut. Die Frucht ist lecker, oder leckert. Also auf Englisch, äh, the fruit is delicious. Oder wenn man es versuchen würde, im Englischen so anzupassen, dann hätte man, the fruit deliciouses. Aber gut, das geht dort natürlich auch nicht. Weil das niemand sagt. Hat sich halt nicht durchgesetzt, im Englischen. So. Chu ili vesper manjas kune. Wie gesagt, vesper manjo ist Abendessen und das als Tätigkeit ist eben die Tätigkeit, zu Abend zu essen. So, und kune ist, kun heißt mit. Und kune ist sozusagen das Adverb zu mit, ne? Weil mit ja eine Präposition ist. Und das Adverb zu mit wäre dann quasi zusammen. Also heißt kune zusammen. So, und ili ist sie. Und chu ist das, ist ja diese Markierung, dieser Partikel für eine, eine Ja-Nein-Frage. Das heißt, es leitet eine Ja-Nein-Frage ein. Das heißt, sie, sie essen zusammen Abend. Ja oder nein? Also essen sie zusammen Abend. Hoppla. Ja. Gut. Und das wäre auf Englisch. Do they, hoppla. They eat dinner together. So vielleicht? Ja genau, so kann man das auf Englisch ausdrücken. So. Mi ne trinkas sukon kun la manjo. Ich trinke nicht, also ich nicht trinke Saft. Ne, wen oder was trinke ich? Sukon, deswegen das N. Kun la manjo. Mit dem Essen oder bei dem Essen vielleicht auch in der Bedeutung. Ja. Suko ist Saft. Und mina trinke sukon kun la manjo. Ich trinke nicht, oder ich nicht trinke, wörtlich übersetzt. Ich nicht trinke Saft mit dem Essen. Äh, also, auf Englisch wäre das I don't drink juice. La manjo. With the, soll ich jetzt meal oder food schreiben? Ich schreibe mal meal hin, also als Mahlzeit. Ja, okay, das passt. So, yen la tag manjo. Tag manjo wäre das, ja, das Tagesessen. Also quasi das Mittagsessen. Mittagessen, so. Ähm, yen la tag manjo, also yen heißt sowas wie, äh, ja, hier ist, man könnte es auch das französische Wort ou voici oder voila nehmen, sowas in der Art. Und das wäre dann eher das gleiche wie das Esperanto-Wort yen. Also hier ist, ähm, hier ist das Mittagessen. Hier is the, ja, lunch. Hier is the lunch, hier is lunch. Ach, ich bleibe mal bei the, mal gucken. Klingt jetzt zwar für mein Englisch oder nicht ganz so schön. Ich finde irgendwie das, das, lunch klingt ohne the besser, aber ich hab's jetzt mal mehr dazu geschrieben. Chu ili tag manjas. Ähm, ja, Chu ist wie gesagt Ja-Nein-Frage. Ili tag manjas heißt, ähm, sie essen zum Mittag. Und als Ja-Nein-Frage, ne, essen sie zum Mittag. Ja oder nein. Do they eat lunch? Mi manjas la manjon con fromaggio. So, ne, ich, mi manjas, ich esse la manjon. Ähm, ja, wie gesagt, wen oder was esse ich? Manjon, 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 also wen oder was, manjon, deswegen das N. So, con fromaggio, mit Käse. Fromage, ne, fromage im Französischen, ne, das Käse, also fromaggio in Esperanto ist dann auch Käse. Also, ich esse das Essen mit Käse oder die Mahlzeit, das Gericht, besser gesagt, Gericht ist, glaube ich, eine gute Übersetzung. Das Gericht mit Käse. I eat the meal with cheese. Genau. Bon appétiton. Ich denke mal, das ist mehr oder weniger selbsterklärend. Auch hier, das N steht darauf, weil das ja eigentlich eine Kurzform ist, wenn man sagt, guten Appetit. Man sagt es ja auch im Deutschen, guten Appetit und nicht guter Appetit. Ja, also wenn ich Leuten einen guten Appetit wünsche, ne, das steckt schon drin. Ich sage ja nicht guter Appetit, denn es ist eine Kurzform, ich wünsche dir einen guten Appetit. Ja, und wen oder was wünsche ich dir einen guten Appetit. Und deswegen kommt hier im Esperanto auch, genau wie im Deutschen, dann der Akkusativ hin. Also, das ist die Form mit N, sozusagen. Also, ne, ich wünsche dir, wen oder was, einen guten Appetit und deswegen Bon appétiton. Also, ja. Ich glaube, auf Englisch sagt man enjoy your meal, ne, für guten Appetit. Das ist dann ein bisschen was anderes. So, mi havas Bonain Rezeptoin. Ja. Mi havas, ich habe Bonain Rezeptoin, gute Rezepte, ne. Das J steht für die Mehrzahl, für den Plural, also gute Rezepte. Und das N steht, wie gesagt, ne, wen oder was habe ich gute Rezepte, deswegen das N. Also, ich habe gute Rezepte, mi havas Bonain Rezeptoin. I have good recipes, you know. Klingt fast wie rest in peace. Ähm. Moment, könnte man das nicht auch missverstehen als Ruhe in Erbsen? Ist ja auch witzig. Egal. Ähm. We are going to a restaurant to eat dinner. Ähm. Ni iras al restauratio por vesper mangi. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Was ist denn mit den anderen? Ne. Mal Felicia passt schon mal nicht. Und da unten mal Grandain passt auch nicht. Also, bleibt nur noch. Ni iras al restauratio por vesper mangi. Weil da oben und unten sind halt wieder Wörter drin, die da nichts verloren haben, weil sie eine komplett falsche Bedeutung haben, die mit dem Satz nichts zu tun hat. Also, wir wörtlich, wir gehen zum Restaurant fürs, zum, ja, Abendessen. Um, um Abend zu essen. Ja, das heißt es ja letzten Endes auch noch. Also, ja. Das war ja gesucht. Also, who is the waiter? Who serves me? Genau. Mi cai mia gasto vesper mangiaskune. Ich und mein Gast essen zu Abend zusammen. Ne, vesper mangi ist ja Abendessen, genau. Ja, da wäre das eigentlich alles geklärt. Ich und mein Gast essen zu Abend zusammen. Me oder I and... Moment, wie sagt man me? Ich finde auch, es klingt so schöner, wenn ich sage my guest and me. Wenn ich das mich als letztes nenne. Eat dinner together. My guest and I? Echt? Hoppala. Interessant. Das ist manchmal echt verwirrend für mich, wie das da so funktioniert. Aber okay. Das war jetzt so eine englische Eigenheit. Wo ich mich leicht verwirren lasse. So. His recipes are delicious. Liay rezeptoi bon gustas. Ja. Das ist ja auch das einzige, was passt. Weil bei den anderen wieder Wörter drin sind, die nichts verloren haben. Von daher. Ja. So. All of the juice is bad. Also der gesamte Saft ist schlecht. Ähm. Wie sagt man das am besten? Wie formuliere ich das jetzt auf Esperanto? Moment. Ah, okay. Ich glaube, wie wäre es mit... La tuta suco estas mal bonna. Oder mal bonnas geht auch. Ist das gleiche. Aber das... Daran dürfte jetzt nicht scheitern. La tuta. Also tuta müsste doch dann das Gesamte sein, ne? Man hat das ja auch im... Kommt aus dem Lateinischen totus. Heißt ja auch alles oder gesamt. Das Ganze. Und hat... Findet man auch so... Im Spanischen zum Beispiel todos oder solche ähnlichen Wörter vielleicht. Oder im Französischen müsste es auch noch geben. Genau. Ja. Also la tuta suco estas mal bonna. Dürfte mal... Dürfte eigentlich klappen. Passt auch. Perfekt. Is there a menu for... For vegetarians? Ähm. Okay. There is ist ja sowas wie im Deutschen. Es gibt, ja? Aber im Esperanto sagt man einfach nur... Estas. Also isst. Ist. Eine Speisekarte für... Vegetarier. Und das ist schon alles, was man dafür braucht, um zu sagen, es gibt. Es... Sozusagen es ist. Nur dass man halt das S auch noch weglassen kann. Weil das S so eine germanische oder... Englisch und deutsche Eigenheit ist. Dass man das irgendwie braucht. Ähm. Genau. Dann würde ich sagen... Hm. Wie formuliert... Formuliert man Vegetarier? Wie heißt das auf Esperanto? Erstmal... Hoppala. Chu. Estas. Menuo. Ähm. Por. Jetzt. Hm. Wie sagt man Vegetarier auf Esperanto? Das weiß ich jetzt leider nicht. Ach so. Ich dachte, es wäre irgendwas Zusammengesetztes. Sowas wie... Wie sagt man? War Fleisch irgendwie Viando oder sowas? Dann wäre das vielleicht Sen... Viandulo. Keine Ahnung. Jetzt wäre das ohne Fleischperson. Das wäre irgendwie auch merkwürdig. Ne. Keine Ahnung. Dann Vegetarano. Warum nicht? Ich habe... Ich habe kompensierter gedacht. Das ist dann... Dass man da was Zusammensetzt. Vegetaranoi. Also Chu Estas. Menuo por Vegetaranoi. Genau. Also ist da... Ist da eine... Oder gibt es eine... Ist eine... Äh... Speisekarte für... Man könnte auch sagen existiert. So als Übersetzung. Das würde dann ungefähr dem Gebrauch von einem Wort irgendwie nahe kommen. Existiert eine Speisekarte für Vegetarier. Weil... Habe ich glaube... Quasi geschrieben. So. Li Kai-Shi Maten Manjas Kai Tag Manjas. So Maten Manjas ist das Frühstücken. Weil Mateno ist der Morgen. Und das dürfte auch im französischen Maten sein, ne. War doch auch der Morgen. Deswegen passt das auch ganz gut zusammen. Also Li Kai-Shi. Er und sie. Er und sie. Frühstücken und Essen Mittag. Also... He and she eat breakfast and lunch. Genau. The waitress gives the child a menu. Okay. Waitress, ne. Also Kellner ist ja Kellnero. Waitress ist ja weiblich. Das heißt, da müsste man sagen wahrscheinlich Kellnerino. Weil Ino die Silbe für weiblich ist. Um das deutlich zu machen. Also hätten wir ja schon mal ne La La Kellnerino. Und jetzt geben müsste Donners sein, oder? Dann hätten wir Donners Menouren. Wen oder was gibt sie, ne? Eine Speisekarte. Und jetzt dem Kind. Also hätte ich gesagt, jetzt müsste man Al La... 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 Äh, Knab... Ne, nicht Knabu. Knabu ist Junge. Äh, Infano. Das könnte dann hinkommen. La Kellnerino, Donners Menouren, Al La Infano. Die Kellnerin gibt eine Speisekarte. Wen oder was. Ne, deswegen das N. Und dann Al La Infano. Weil es im Esperanto kein Dativ gibt, muss man das irgendwie... So wie im Englischen to a child oder so, to a child, wäre das dann Al La Infano. Hoffentlich zumindest. Ja, passt. Perfekt. Sehr schön. So, we are going to a restaurant to eat dinner. Äh, okay. We are going. Wir gehen. Ni iras. To a restaurant. Al... Ne, Moment. Al. Nicht La. Al. Restauratio. Und jetzt, um... Um abends zu essen. Por... Ves... Ves... Vespermanji. Genau. Sehr schön. So, und jetzt... Mica mia gasto Vespermanjas kune. Jetzt, okay. Jetzt schreibe ich mal I and my girl. Guest, das klingt für mich irgendwie merkwürdig, muss ich sagen, mal im Englisch-Gefühl, irgendwie. Äh, eat dinner together. Das scheint aber richtig zu sein. Interessant, komisch, da sagt mir mein Gefühl was anderes. Naja. Das ist halt, wenn man... Weil ich halt die Regeln nicht im Kopf habe, weil ich das so... Ja. Ich hab das auch so mehr oder weniger immer nach Gefühl so gelernt, das Englische. Ich kann mich nicht so wirklich an Regeln erinnern, die ich da so wirklich gelernt habe. Oder es ist einfach nur zu lange her. Sodass ich die Regeln nicht im Kopf habe. Sondern das ist halt alles, das ich beim Englisch einfach nur nach meinem Sprachgefühl mache. Sondern wie eine Muttersprache. Und das kann einen dann natürlich auch manchmal im Stich lassen. Dass man dann verunsichert wird. Und wie das halt auch bei seiner Muttersprache ist. Man hat ja auch... Man fragt sich ja auch im Deutschen manchmal, ist das überhaupt so richtig? Kann man das so sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das kommt mir im Deutschen auch immer wieder mal vor. Und so war das auch gerade. Naja. Dann müsste ich halt einfach nochmal die englische Grammatik auch nochmal durchgehen. Habe ich nämlich nicht gemacht. Möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. Weil ich möchte ja auch im Englischen wirklich auf der sicheren Seite sein. Damit sowas nicht passiert. Gut, damit danke ich fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Falls es Fragen und Anmerkungen gibt, ab in die Kommentare damit. Würde mich riesig freuen, auch darauf einzugehen. Und darüber halt Bescheid zu wissen, falls es irgendwas zu wissen gibt. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Du bist bereit. Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen. Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, warst deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.